Das ist ein Strahlenschutzgebiet. Ein gottverdammtes Funkloch. Und wem das nicht passt, der hat dir einfach nichts verloren. Von Ihrem Wagen geht Strahlung aus. Du holst sofort deine verstrahlte Bumsbude aus meinem Wald. Ich habe eine Genehmigung. Hallo? Gestern Nacht war jemand am Foto. Hast du das? Es ist gut, wenn man ab und zu jemand anderes sein kann. Was hast du getan? Ein paar Kilometer. Kannst du dir vorstellen, was da draußen los ist? Ja. 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 Vielen Dank.